Von unserer Marke RP haben wir unterschiedliche Sockenmodelle im Sortiment. Ich möchte dir die Laufsocke Neutral und die Laufsocke Stabilität etwas genauer vorstellen. Natürlich sind all unsere Socken atmungsaktiv und unterstützen die Feuchtigkeitsregulierung. So behältst du beim Training angenehm trockene Füße. Unsere Laufsocke Neutral ist eine innovative und funktionelle Laufsocke, in der X-SoX-Technologien eingesetzt werden. Durch den gepolsterten Zehen-, Fersen- und Achillessehenbereich werden Bereiche stärkerer Belastung entlastet. So schützen die Socken effektiv vor Blasenbildung, Hautirritation und Hautabschürfung. Für einen hohen Tragekomfort sorgt ein Aktivbund zusammen mit dem Links-Rechts-Fußbett. Wenn du neutrale Laufschuhe läufst, dann passt am besten die neutrale Laufsocke. Läufst du einen Schuh, der dich in der Laufbewegung unterstützt, dann wähle die Stabilitätssocke. Du kannst natürlich die Socke, mit der du am besten klarkommst, in jedem Schuh tragen. Im Unterschied zur Neutralsocke hat die Stabilitätssocke noch einen Ristprotektor. Er ist in der Lage, zu starkem Druck auf dem Spann, zum Beispiel durch die Schnürung, zu reduzieren. Ein Pronationsfußbett mit asymmetrischen Polstern umschließt deine Füße für ein stabileres Gefühl. Mit unseren Laufsocken Neutral und Stabilität bist du bestens ausgerüstet. Du bekommst sie in unterschiedlichen Farben in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.